Die Familie Urban hatte sich damit abgefunden, eine Ziege im Haus zu haben. Auch damit, dass Alfons manchmal nicht aufhören wollte zu reden und dann wieder stumm war wie ein Fisch. Sie wusste aber immer noch nicht, dass Alfons und Pantau gleichzeitig im Haus waren. Nur Alfons hatte ihn als seinen Doppelgänger entdeckt. Also mit der Melone kann man zaubern, man klopft drauf und wünscht sich was. Und der Wunsch ging auch prompt in Erfüllung. Alfons kam zurück auf seine geliebte Insel. Inzwischen wurde der arme Pantau überall für jemand gehalten, der er gar nicht war. Und dabei kam er von einer Schwierigkeit in die andere. Der brave Herr Urban hatte seinem vermeintlichen Bruder Arbeit in der Molkerei verschaffen wollen. Und das kam dabei heraus. Um ehrlich zu sein, es war der schwärzeste, beziehungsweise der rosigste Tag seines Lebens. Pantau konnte diese Situation auch ohne seine Zaubermelone meistern. Alfons war inzwischen aber auch nicht glücklich mit ihr. Wir haben uns gar nicht verabschiedet. Was machen die wohl zu Hause? Schau mich nicht so an. Du wolltest auf die Insel? Gut, jetzt sind wir da. Hätte er gewusst, wohin er sich zurücksehnte, er hätte es sich noch einmal überlegt. Pantau legte für den leitgeprüften Urban noch ein gutes Wort ein und eilte nach Hause. Man erwartete ihn dort. Ich hoffe, dass es keiner hier gemerkt hat, dass niemand weiß, dass du und ich, oder doch? Danke. Und so kehrte Alfons erleichtert ins normale Leben zurück. Und so kehrte Alfons erleichtert ins normale Leben. Und so kehrte Alfons erleichtert ins normale Leben. Und so kehrte Alfons erleichtert ins normale Leben. Musik 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 Du! Warum hast du auf den Knopf gedrückt? Warum musstest du auf den Knopf drücken? Brennt es? Nein, es brennt nicht. Wenn du dich nicht eingemischt hättest, hätten die mich nicht gefeuert. So ein schöner Posten war das. Platzanweiser, jeden Tag im Theater. Halt dich da raus. Ich verdiene mein Brot. Ich komme allein zurecht. Ich bin Wasser. Ich bin Wasser. Ich bin Wasser. Ich bin Wasser. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst dich nicht einmischen. Du sollst dich endlich raushalten. Die mochten mich nämlich im Theater. Aber wer hat die Feuerwehr angerufen? Ich? Will ich Komplikationen? Ich will keine Komplikationen. Ich kann mir allein helfen. Also bitte, ich muss zugeben, Straßenbahn und Chemie sind nicht gerade meine Stärke. Das Haus sollte sowieso abgerissen werden, weil dort die U-Bahn gebaut wird. Sag mal, wieso schaust du eigentlich so traurig? Hast du das nötig? Ausgerechnet du? Eins ist klar. Einer ist hier zu viel. Er steht dem anderen im Weg und ich bin es jedenfalls nicht. Ich bin hier zu Hause. Hier kann man sich sowieso kaum rühren. Verzeih mir. Ich muss zugeben, dass ich mich an dich gewöhnt habe. Aber das ändert auch nichts. Irgendwann wird jemand von der Familie dahinter kommen, dass es uns zweimal gibt. Werd bloß nicht sentimental. Ich brauche dich nicht. Und du brauchst mich nicht. Und du hast eine Melone. Es war lustig und sehr nett. Allerdings nicht für beide. Dich hat man ja nirgends rausgeworfen. Vergiss den nicht. Also, tschüss. Alles Gute. Also, Katja, wo bleibst du? Los, 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 los. Und was ist mit Alphons? Schließlich tun wir das alles seinen Wegen. Den Ball auch? Aber natürlich, Mami, natürlich. Hast du denn immer noch nicht kapiert, dass alles ganz harmlos aussehen muss? Ja. Einfach wie ein lustiger Familienausflug. Was macht der Opa? Er ahnt doch wohl nichts. Nein, er führt wieder Selbstgespräche. Wie, ist schon wieder? Ja, als wären sie zu zweit. Ja. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, einer steht hier dem anderen in den Weg. Und ich bin es aber nicht. Ich bin hier zu Hause. Josef, weißt du, wie mehr zugute war bei diesem Zuhause? Und wir wollen ihn jetzt... Wir wollen zwar aber in seinem Interesse. Es wird alles so klappen, wie wir es uns vorstellen. Ich weiß gar nicht, warum du herummaust. Also, passt auf, Kinder. Wir kommen also zu der Abzweigung. Klar, bei der Anstalt. Ja. Katja schaut wie zufällig auf die Tafel und sagt, seht mal da, wisst ihr, wer da arbeitet, sagt sie. Da arbeitet Onkel Kalina. Dr. Wauber, du sollst Kalina, hat Papa gesagt. Er ist mit uns verwandt und gibt uns einen Rat. Und außerdem ist er schließlich Arzt. So bleibt die Sache unter uns. Ich gehe aber nicht mit. Ich will nicht, dass Alfons denkt, dass ausgerechnet ich ihm... Aber das ist doch... Was fällt euch eigentlich? Ich verstehe euch nicht. Das lasse ich mir. Aber schön, Mami, wie Sie wollen. Wir werden doch niemanden bitten. Ich lasse mir das alles einfallen und wer hilft mir von den Kindern? Natürlich keiner. Dann macht es eben, Mami. Sie sagt, wie zufällig... Schaut doch mal, wer da arbeitet. Euer Onkel Wauwau. Kalina. Kalina, natürlich. Wie er sich freuen wird, dass wir ihn alle besuchen. Wiederhol das bitte jetzt, Mami. Ja, aber warum soll denn gerade ich? Wer denn? Na? Na? Ach ja. Opa könnte das unangenehm sein. Aber immerhin ist er der Älteste von uns. Er schaut wie zufällig auf die Tafel. Nein, ich nicht. Das kannst du von mir nicht verlangen. Warum denn nicht? Du schaust wie zufällig... Am allerbesten wäre, wenn du es selbst sagen würdest. Ich? Schließlich und endlich hast du gesagt, er müsste sich sofort eine Arbeit suchen. Hätte er ein bisschen Zeit gehabt, sich einzugewöhnen, dann vier Jahre auf einer Insel. Vier Jahre auf einer Insel, großartig. Und dann fünf Stellungen in einer Woche. Quasi ist das nichts, die Schäden gehen in die Zehntausende. Hör mal, was die Versicherungen sagen. Die schmeißen ihn raus, Opa. Die Gewerkschaft distanziert sich. Nur einer, der nicht richtig im Kopf ist, einer der, einer der, also Mami, du... Stellt ihm nach, die Sachen ins Auto tragen, die Sonne lacht. Alfons, wir machen einen Ausflug, ein bisschen Ozon. Sau, wau. Schnappen. Sonne, Wasser, Luft, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, Eichhörnchen, Vögel zwitschern. Ich wollte nur sagen, dass nicht immer alles gleich klappen kann. Es ist schwierig, die richtige Stellung zu finden. Aber jetzt habe ich was gefunden. Am Montag fange ich als Fensterputzer an einem Hochhaus an. In solchen Höhen zu sein, war immer mein Wunsch. Fahren wir, fahren wir. Alfons, ein Ballon. Einen prächtigen Tag haben wir uns ausgesucht. So, leg sie rein, Opa. Ja. Cleo, hast du gesehen? Lass ihn nur. Er soll sich verabschieden. Wer weiß, wann die zwei sich wiedersehen. Du hast recht gehabt. Besser ist der Stürz vom 20. Ist doch klar. Auf keinen Fall darf man ihm jetzt widersprechen. Will er Seiltänzer werden, soll er es werden. Will er Löwenbändiger... Du bist wohl verrückt geworden. Wir wollen mit Uncle Alfons wegfahren und du... Weg da. Was sucht er denn? Wo bist du? Wo bist du? Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Dass du mir hier im Weg bist, habe ich wirklich nur im Spaß gemeint. Aha. Ist das vielleicht ein Zufall? Hier arbeitet doch unser Doktor Frau. Opa Kalina heißt er doch. Der wird sich aber freuen. Der wird sich aber freuen. Nein, ist das ein Zufall. Gerade erst habe ich mich gefragt, was macht wohl der liebe Alfons? Na, komm nur rein. Komm mit mir. Hier geht's rauf. Hier wird es dir gefallen. Hier ist es wunderbar ruhig. Und eine Luft. Bitte. Hier rein, Onkel. Hier rein, so. Was machen wir mit Nummer 14, Doktor? Äh. Dieses Rindfee. Zwei Injektionen hintereinander. Und machen sie das. Siehst du, Onkel, wenn ich mich nicht um alles persönlich kümmere. Bitte sehr. Wenn die dir eingeredet haben, dass ich nicht normal sei. Ach, lieber Onkel. Wer von uns ist schon normal, was? Das ist alles nur eine Frage der Kriterien und der gesellschaftlichen Axiome, die gerade gelten. So, dann wollen wir mal, ja? Ja, das Ärmchen schrei. So, das geht ja ausgezeichnet. So. Nehmen wir einmal ein scheinbar so ruhiges Tier, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel die Schildkröte. Eine Klimaveränderung, schon ist die Neurose da. Na, und das ist auch dein Problem, lieber Onkel. Ein Robinson-Komplex. Und ein ständiger, pyromanischer Trieb, der sich nur hin und wieder äußert. Aber ist es ganz klar, dass er als Motiv herangezogen werden muss, wenn man sich überlegt, warum du das Theatergebäude in Brand gesteckt hast? Aber ich habe doch nur... Ich bitte dich. Und dann, dieser geradezu krankhafte Veränderungstrieb. Fünf Arbeitsplätze in einer Woche. Nur, weil ich nicht will. Nein, nein, ich bin da doch ganz deiner Meinung. Letzten Endes bin ich, weißt du, ja auch so. Mein Leben lang wollte ich mich der Psychiatrie widmen. Aber mein Vater verbot es. Ich habe mich dem gefügt und bedauere es nicht. Eine wundervolle Aufgabe. Vertraue dich mir ruhig an, Onkel. Wenn du wüsstest, wie viele Lebewesen ich gerettet habe. Nur höchst selten musste eins geschlachtet werden. Leute zu kurieren ist einfach, aber die stumme Kreatur voller Jammer, die einem so aus still ergebenen Augen ansieht, das... Nein, nein. Das ist nicht einfach. Und jetzt, Onkel, pass gut auf. Addieren wir mal fünf Birnen und drei Äpfel. Wie viel Birnen erhalten wir dann? Zwei Schokoladen, drei Mandeln. Ausgezeichnet. Und zwei Äpfelchen und drei Kirschen. Gasto, Föller, bei Fuß. Als ob ihr noch nie ein Auto gesehen hättet. Schisma, Schisma ist ein Wort aus dem Griechischen, wie du bestimmt wissen dürftest, lieber Onkel. Es ist in der Musik das Verhältnis zwischen einer reinen und einer temperierten Quinte. Also, das ist ein Schisma. Sehr viel häufiger wird das Wort gebraucht, wenn man, wie soll ich sagen, eine Spaltung meint. Eine Zersetzung, eine Verdoppelung. Und darum handelt es sich bei uns. Ah, lass dich von ihm nicht stören. Nicht wahr, Richard? Das ist mein größtes Experiment. Mein Richard, verstehst du, die Wissenschaft experimentiert doch heutzutage ausschließlich mit exotischen Tieren. Keiner stellt sich die Frage, wie lange lebt ein gewöhnliches Schwein unter optimalen Bedingungen. Ja. Ungefährdet von den Metzgern. Zehn Jahre? Zwanzig? Hundert? Komm her, Richard. Gib Pfötchen. Komm her, komm. Komm, komm her. Er schnirrt sich schrecklich. Komm her. Lauf doch nicht weg. Zeig dich dem Onkel. Komm schon. Ja, ja. Ja, 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 ja. So. Ist er nicht reizend? Wir spielen immer so zusammen. Er hat... Richard! Komm her! Komm her! Na los! Erlene, Vater, setzt euch wieder also rum. Lass ihn mal. Verabschiede dich jetzt schön, Richard. So, geht's. Bye, bye. Bye, bye. Wir verstehen uns großartig. Wo war mir stehen geblieben? Ach, die Schizophrenie. Schizophrenie. Früher hieß sie Demencia praecox, eine verhältnismäßig häufige Erkrankung mit typischen Symptomen. Der Kranke verliert plötzlich das Interesse an seiner Umwelt, an seiner gesellschaftlichen Stellung, an seiner Familie und an seinem Heim. Und flüchtet in die Welt der Fantasie und des Traums. Und das führt später zu einer Persönlichkeitsspaltung. Du sprichst an bestimmten Tagen überhaupt nichts, lieber Onkel, und an anderen wiederum bist du äußerst gesprächig. Als würdest du aus zwei Personen bestehen. Und hier liegt der Schlüssel zu unserem Problem. Definitiv ausschließen können wir eine Hebefräne wie auch eine Paranoide. Also konzentrieren wir uns auf eine katatonische Schizophrenie. Sie macht sich bemerkbar durch Sprachstörungen, Erstarrung oder das Gegenteil. Einen bizarren Bewegungsdrang. Verstehst du? Nicht, ja... Wie könnte ich dir das anschaulich erklären? Hast du nicht manchmal das Gefühl von einer gewissen Spaltung? Oder hast du den Eindruck, dass dein eigenes Spiegelbild sozusagen ein Eigenleben führt, sich von dir loslöst, sich selbstständig macht? Hast du überhaupt nie das Gefühl, du seist zwei? Und dass, dass, genauer gesagt, deine zweite Existenz einer selbstständigen Handlungsweise fähig ist? Verzeih bitte, lieber Onkel. Ich hatte ein wenig zu viel, naja, diese gestrige Abend. Ich hatte eben nicht genug geschlafen. Und mein diesjähriger Urlaub hat auch nicht gerade viel getaugt. Wo blieben wir stehen? Definitiv eliminiert haben wir die Hebefräne Schizophrenie und die Paranoide. Und konzentrierten uns auf die katatonische Schizophrenie. Sie macht sich bemerkbar durch Sprachstörungen, Erstarrungen... Oder das Gegenteil, einen bizarren Bewegungsdrang. Ausgezeichnet, absolut richtig. Wir kamen also... Einem gewissen Gefühl der Persönlichkeitsspaltung. Wenn das eigene Spiegelbild sich von mir loslöst, sich selbstständig macht, sodass ich gleichzeitig hier und dort sein kann... Ja, bravo! Hebe ich also in meinen beiden Ichs die Hand, so hebe ich sie hier und dort. Hier und dort. Ich muss es aber auch nicht. Wieso auch, wenn ich nicht bin? Ich bin ja nur an meiner Vorstellung. Hier und dort. Wer denn? Wo denn? Wer? Du solltest dich vielleicht besser setzen, lieber Neffe. Du bist doch da. Wo? Oder nicht? Doch. Aber mein lieber Neffe. Ich bin ja auch nicht mehr... Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2018 Ja, ich weiß. Er ist ganz winzig. Er ist ganz besonders winzig. Nein, noch winziger. So winzig wie ein Zwerg. Vielleicht hat er sich hierher verirrt. Auf der Suche nach Schneewittchen. Hoffen wir, dass er es findet. Ja. Er ist zwei. Ein kleiner und ein großer. Er ist zwei. Er ist zwei. Er ist zwei. Ein kleiner und ein großer. Er ist zwei. Er ist zwei. Ein kleiner und ein großer. Er ist zwei. Zwei. Er ist zwei. Wo ist denn Josef? Ich weiß nicht. Papa! Josef! Papa! Josef! Papa! 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 Hände hoch! Ergib dich! Ergibt sich doch! Ich erkläre euch alles, liebe Bleichgesichter! Du sollst uns nicht Bleichgesichter nennen! Nie wieder werde ich euch Bleichgesichter nennen! Hau! 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 Hau!